ja hallo mein lieben freunde wir haben ja eine neue aufnahmesession und wir schauen jetzt mal was so hier abgehen wird wir haben ja letztes mal ein uns einen gummijet gebaut und dann schauen wir mal was so abgeht schwer hierhin also los geht's zu flucht der karibik und zwar mit unserem neuen gummijet nein oh mein gott ja genau mit dem minijet da haben wir doch da haben wir ein okay nehmen wir den noch als mini jet spezialwaffe zwilling schuss ja cool los geht's jetzt bin ich so gespannt wie dieses monster abgehen wird und ich wette ich habe keine waffen gebaut es sieht so dumm aus nein ich habe nur eine waffe hä ich habe es total falsch rum gemacht was für ein möll ja nice würde ich mal sagen oh man wie dumm warum fährt das jetzt warum fliegt das jetzt so bist du eine schrattelkiste mann was the fuck okay jetzt bin ich mal gespannt vor allen dingen auch wie stark mein jet ist war der ist richtig stark der jette sieht zwar scheiße aus ist aber richtig stark na los nee ich kann mich jetzt heilen zwar ich kann aber jetzt nicht dick ballern oder so okay ja geil da kann ich ja einfach so machen was schon da ist und schnell ist er hä waffe ich habe wohl auch eine waffe ok krass wie ich ja einfach alles zerstören kann krasses teil sieht zwar jetzt ein bisschen dumm aus so aber was solls hä wie lang dauert das hier noch so und tschüss ich habe die dinge alle hier weggeschleudert da ist ich habe jetzt gespannt die dinge die 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 okay oh mein gott nein lasst es sein okay scheint soll ich das teil da angreifen okay kann man machen ja mach halt so komm 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 zieh durch scheiße what the fuck alter wie groß ist ja diese festung aber nice gemacht auf jeden fall so down sehr gut noch ein jawohl ja und kannst du gar nichts weil ich stark genug bin hierfür krass ich glaube nicht dass ich das schon schaffen sollte nein okay jetzt wird es gefährlich langsam wird es gefährlich oh nein komm schon down nein 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 oh gott wie lang dauert das hier yes ich habe es gleich nein darf mich nicht noch einmal treffen yes komm schau wir haben ihn ja nice alter was ein Ritt cool yeah wir haben diese festung da besiegt sehr schön easy going würde ich mal sagen ba 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 nice yeah so kommen wir doch unserem Ziel schon mal ein bisschen schneller entgegen und näher vor allem ну mal gucken was die da können ich bin gespannt kommt her nix können sie offenbar gut weggekloppt ja passt schon wie ich sie fertig mache na kommt doch mal her wo seid ihr ich will meinen multiplikator aufbauen ja das ist halt ein bisschen behäbig der teil aber an sich passt beim pampen beim pampen weg und weg weiß und der kram macht mir gar nix lol ich die einfach alle verdichte das schon übel ich hatte jetzt halt gedacht dass er gibt wieder gummijet also dass er sich halt nach vorne kippt je nachdem wie ich das cockpit anbringen dem war wohl nicht so krass wie ich die vernichtet habe ohne schaden zu nehmen da ist ich bin gespannt so ich nehme gar keinen schaden aus kann man mal machen für bbbb bb bbb hey aber noch warum fliegt er nicht oh gott da oben drei nehmen wir auf jeden fall mit noch sagt ja komm her wir machen nicht mal eben platt ne passt schon ja gut das ist natürlich hinterlich dadurch keine strahlen habe was soll das hey da webs die nehmen wir auch alle mit passt waffen sind aber gut die ich angebracht habe nicht schlecht so so zack da habe ich noch mal so welche schöne dinge ja komm her weg mit euch kann man mal machen sagt lol alle vernichtet das ist schon böse hier kommt doch her ihr habt ja keine chance ich kann auch vor allen dingen jetzt in dem geschossen drinnen bleiben und kann mich lieber aufs ballern konzentrieren weil ich so viel hp habe es ist unmöglich alle kaputt bekommen da ist ja meinetwegen mal ich krieg da einen schlag und passiert nix das kann man mal machen jetzt bin ich mal auf den boss gespannt das ist das ist Yo ho, yo ho, a pirate's life for me A goddess thought she'd a sparrow save Look out, me heart is yo ho And brought a blackguard back from the grave Look out, me heart is yo ho Yo ho, yo ho, a pirate's life for me The flying Dutchman is on the hunt Look out, me heart is yo ho To punish a sparrow for his affront Look out, me heart is yo ho Yo ho, yo ho, a pirate's life for me With a demon chest, his secret sleeps Look out, me heart is yo ho The heart of David Jones still beats Look out, me heart is yo ho Yo ho, yo ho, a pirate's life for me Yo ho, yo ho, a pirate's life for me Why are you so happy? Because we get to be pirates again Yep, you always did like this world How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship Can I get any idea where we're going? Where else? The edge of the world Captain Sorrel What ails you, Mr. Goofy? The edge of the world Aye We're running out of sea, sir Aye We're running out of sea Ha 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 Oh Running out? Hard to starboard What's our low climb happen? Go on Yay Wah gain Youans Oh I can't run You You I can't run I I can't run But he's Oh, oh. Where'd we end up this time? We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirates. We won't get anywhere without a ship. A ship. Oh, so, huh? This is quite weird. Oh, boy. It's a ship! There, Sora. Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Sure is. Hey, Jack, where are we? Belay that ship absconding. Help me catch the pearl before she gets away. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Come back!